Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Genius hat nach jahrelanger Entwicklung alles, was Sie lieben, in einem Küchensystem vereint. Profitieren Sie ab sofort von einem Mehr an Funktionen, brandneuen Klingen, größerem Volumen, bewährten Qualität und hochwertigstem Design. Egal ob Würfel, Stifte, Scheiben, Streifen, Giulietti, Spiralen oder Julienne, Schneiden oder Reiben und Raspeln. Rasiermesserscharfe Genox Edelstahlklingen sorgen für perfekte Ergebnisse wie im Restaurant. Alles mit einem einzigen Küchenhelfer, ganz ohne Kabel oder Strom. 47 Millionen zufriedene Kunden weltweit bestätigen die bewährte Nicer Dicer Qualität. Und jetzt ist das Beste noch besser. Der Nicer Dicer Chef Professional überzeugt mit einem noch hochwertigerem Look, einem um unglaubliche 37% größeren XXL Auffangbehälter und brandneuen Klingen und Funktionen. Der innovative Dreiklingen Multi-Hobel schafft sechs Schnitte in nur einer Bewegung. Die Achtelklinge schneidet Ihre Zutaten blitzschnell in präzise Stücke. Mit dem um 20% größeren Durchmesser der Spiraleinsätze verarbeiten Sie jetzt noch breiteres Gemüse. Verwandeln Sie den Nicer Dicer Chef Professional in eine intelligente Salatschleuder. Direkt ins Sieb schneiden, waschen, schleudern, abgießen und servieren. Die neuen Klingenschutzabdeckungen sorgen für noch mehr Sicherheit. Für kompaktes Verstauen sorgt der brandneue platzsparende Aufbewahrungseinsatz. Perfekt für Salate, Suppen, Vorspeisen, Aufläufe, Gratins, Hauptspeisen, Desserts, Single- oder Familienportionen und vieles mehr. Schneiden und direkt servieren mit dem 2-in-1 XXL Auffangbehälter. Vergessen Sie Messer, Schneidbretter und Schüsseln und erleben Sie echten Spaß beim Kochen. Denn mit dem Nicer Dicer Chef Professional schneiden Sie schneller und effizienter als jemals zuvor. Gesunde Ernährung leicht gemacht. Werden auch Sie Teil der Nicer Dicer Familie und kochen Sie sich glücklich mit dem genialen Nicer Dicer Chef Professional von Genius. Wir alle kennen, lieben und schwören auf die bewährte Nicer Dicer Qualität. In Sekunden und ganz ohne Aufwand. Würfeln, stifteln, in Scheiben, Streifen, Giulietti, Spiralen und Giulien schneiden. Und sogar reiben und hobeln. Doch damit nicht genug. Bereits 47 Millionen zufriedene Kunden weltweit nutzen ihn täglich. Genius hat Ihnen zugehört und das vielfältigste Modell aller Zeiten kreiert. Mehr Größe und Volumen, mehr Funktionen und Teile und mehr Qualität und Design. Jetzt ist das Beste sogar noch besser. Der Nicer Dicer Chef Professional mit den rasiermesserscharfen Genos Edelstahlklingen steht wie jede original Nicer Dicer von Genius für Schnelligkeit und Perfektion. Profitieren Sie von den neuesten Nicer Dicer Optimierung. Sie werden den brandneuen, innovativen 3-Klingen-Multi-Hobel lieben. Für ganze sechs Schnitte in nur einer Handbewegung. Und jede der Scheiben ist perfekt. Unglaublich. Ebenfalls brandneu ist die präziseste Achtelklinge für gleichmäßige Spalten. Ein 20% größerer Spiralansatz, um noch größeres Gemüse zu leckeren und dekorativen Giulietti zu verarbeiten. Jetzt können Sie den Nicer Dicer auch ganz einfach in eine Salatschleuder mit integrierter Ausgießöffnung umwandeln. Und direkt in das Sieb schneiden. Waschen, Salatschleuderdeckel drauf und los geht's. Und weil Genius Ihren Kunden wirklich zuhört, gibt es sogar noch ein weiteres Highlight. Einen intelligenten und platzsparenden Aufbewahrungseinsatz, in dem Sie Ihre Klingen sicher und geordnet verstauen können. Deckel drauf und schon ist alles aufgeräumt. Wow, nicht nur extrem praktisch, sondern auch ein richtiger Hingucker in jeder Küche. Mich hat der Nicer Dicer Chef Professional überzeugt. Sie auch? Bewährte Genius Qualität gibt's ab jetzt mit noch mehr Möglichkeiten. Mit dem Nicer Dicer Chef Professional. In einem gut besuchten Einkaufszentrum finden wir heraus, was Ersttester vom verbesserten Nicer Dicer Chef Professional halten. Richtig scharfe, richtig tolle Messer und das Design ist der Hammer. Der sieht richtig edel aus und so groß. Mir passt auf jeden Fall sehr, sehr viel rein. Für die ganze Familie kann ich sein Kochen. Wenn ich koche, was ich gerne tue, dann ist mir das schon ziemlich lästig, diese ganze Spülerei und diese ganzen einzelnen Teile von diesem Messer, jenem Messer. Und Schneidebrettchen, also die Handhabung fand ich cool, ne? Einfach draufdrücken und das Ding ist durch. Die Schnittergebnisse sind natürlich perfekt. Das ist schon cool, muss ich sagen. Den Nicer Dicer, den gibt es ja schon jahrelang und die bewährte Qualität, die steigt von Mal zu Mal. Die Küche bleibt sauber, man hat alles direkt im Behälter. Das spart Arbeit und Zeit. Man ist viel schneller als mit dem Messer. Die Ergebnisse sind immer perfekt und immer gleichmäßig. Ich werde mit dem Nicer Dicer Chef Professional auf jeden Fall kaufen, zu 100%. Darf ich gleich einen mitnehmen? Wenn ich mit dem klassischen Messer mein Gemüse schneide, dann brauche ich erstens relativ viele verschiedene Messer und innerhalb kürzester Zeit tut mir irgendwann der Daumen und auch das Handgelenk weh. Sehr einfach, sehr schnell, total easy, unkompliziert. Einmal drücken und fertig. Ich brauche definitiv nichts anderes mehr. Der Nicer Dicer Chef Professional ist definitiv ein Must-Have für jede Küche. Tolles Design, tolle Farbe. Das Gerät ist Wahnsinn. Ich kann nur sagen, so ein Gerät muss jeder haben. Ich brauche kein Messer mehr für jedes Einzelne. Ich brauche kein Brettchen mehr. Es fällt sofort in die Schüssel rein, die ich dann auch zum Servieren sofort benutzen kann. Ich brauchte mich nicht anzustrengen, das Messer runterklappen und es praktisch von alleine geschnitten. Das ist einfach nur eine super Erleichterung in der Küche. Ich kann den nur weiterempfehlen, weil das ein super Produkt ist. Wir haben Ihre Wünsche in dem neuen, verbesserten, innovativen Nicer Dicer Chef Professional verpackt. Sparen Sie Platz mit dem brandneuen, sicheren und kompakten Aufbewahrungseinsatz. Verwandeln Sie den durchdachten Nicer Dicer Chef Professional in eine Salatschleuder. Einfach schneiden, waschen und über die integrierte Ausgießöffnung Wasser abschütten. 47 Millionen verkaufte Nicer Dicer zeugen von der bewährten Qualität der rasiermesserscharfen G-Nox Edelstahlklingen. Ultra schneller Klingentausch, unkompliziert und flexibel. Inklusive flexiblem Wechselrahmen. Der stufenlos verstellbare Hobel hobelt gleichmäßige Stücke, sicher und schnell. Schneiden Sie kleinere Zutaten wie Trauben, Knoblauch oder Oliven mit dem handlichen Handyhopper. Direkt in die Glasschüssel schneiden für leckere Ofengerichte. Das praktische Rezeptheft inspiriert Sie zur Meisterleistung in der Küche mit dem Nicer Dicer Chef Professional. Jetzt beweisen wir, wie vielfältig und flexibel der Nicer Dicer Chef Professional ist. Aus den gleichen Zutaten zaubern wir zwei völlig verschiedene Gerichte. Meine Kartoffeln werden ganz ohne Aufwand zu leckeren, selbstgemachten Pommes. Ich schneide meine Kartoffeln ganz einfach in wenigen Schnitten, in gleichmäßige Scheiben. So bekommen wir später die perfekt gebräuten Bratkartoffeln. Fix den Einsatz austauschen und ich schneide die Zucchini längst in gleichmäßige Schnitte. Solche präzisen Scheiben sind mit dem Messer einfach unmöglich. Dank dem 20% größeren Durchmesser der Spiraleinsätze kann ich jetzt auch bequem breiteres Gemüse verarbeiten. Jetzt hobel ich nur noch hauchdünne Karottenscheiben direkt in den Behälter. Ich verwende für einen besonders dekorativen Karottensalat die Giulietti-Klinge. Kannst du dir vorstellen, wie lange wir hier mit Messer und Brett stehen würden? Drei Zutaten, endlose Möglichkeiten. So wird Kochen niemals langweilig. Wenn Sie noch mehr Vielfalt in Ihre Küche bringen wollen und dabei auch noch Zeit sparen möchten, bestellen Sie sich jetzt unbedingt den Nicer Dicer Chef Professional von Genius. Wir präsentieren die größte Weiterentwicklung in der Nicer Dicer Geschichte. Den brandneuen Nicer Dicer Chef Professional. Genius hat nach jahrelanger Entwicklung alles, was Sie lieben, in einem Küchensystem vereint. Profitieren Sie ab sofort von einem mehr an Funktionen, brandneuen Klingen, größerem Volumen, bewährten Qualität und hochwertigstem Design. Egal ob Würfel, Stifte, Scheiben, Streifen, Giulietti, Spiralen oder Julienne, Schneiden oder Reiben und Raspeln. Rasiermesserscharfe G-Nox Edelstahl-Klingen sorgen für perfekte Ergebnisse wie im Restaurant. Alles mit einem einzigen Küchenhelfer. 47 Millionen zufriedene Kunden weltweit bestätigen die bewährte Nicer Dicer Qualität. Und jetzt ist das Beste noch besser. Der Nicer Dicer Chef Professional überzeugt mit einem noch hochwertigerem Look, einem um unglaubliche 37% größeren XXL-Auffangbehälter und brandneuen Klingen und Funktionen. Der innovative Dreiklingen-Multi-Hobel schafft sechs Schnitte in nur einer Bewegung. Die Achtelklinge schneidet Ihre Zutaten blitzschnell in präzise Stücke. Mit dem um 20% größeren Durchmesser der Spiraleinsätze verarbeiten Sie jetzt noch breiteres Gemüse. Verwandeln Sie den Nicer Dicer Chef Professional in eine intelligente Salatschleuder. Direkt ins Sieb schneiden, waschen, schleudern, abgießen und servieren. Für kompaktes Verstauen sorgt der brandneue platzsparende Aufbewahrungseinsatz. Perfekt für Salate, Suppen, Vorspeisen, Aufläufe, Gratins, Hauptspeisen, Desserts, Single- oder Familienportionen und vieles mehr. Schneiden Sie ganze Salatköpfe auf der großen Schneidfläche ohne Verletzungsgefahr. Perfekte Zwiebelwürfel mit einem Schnitt, ganz ohne Tränen. Der Tomatengemüseschneider schneidet weiche Lebensmittel mühelos und ohne Zerquetschen. Der einfache Klingen- und Einsatzaustausch ist wie immer flexibel und sicher. Schneiden und direkt servieren mit dem 2 in 1 XXL-Auffangbehälter. Vergessen Sie Messerschneidbretter und Schüsseln und erleben Sie echten Spaß beim Kochen. Denn mit dem Nicer Dicer Chef Professional schneiden Sie schneller und effizienter als jemals zuvor. Gesunde Ernährung leicht gemacht. Die Glasschüssel ist Ofen- und Gefrier geeignet, sodass Sie Gerichte vorbereiten, einfrieren, backen und direkt servieren können. Mit dem praktischen Frischhaltedeckel bequem aufbewahren, frischhalten und transportieren. Reste im Deckel entfernen sich dank des Selbstreinigungsknopfs wie von selbst. Nach der Benutzung einfach unter fließend Wasser abspülen oder in der Spülmaschine waschen. Werden auch Sie Teil der Nicer Dicer Familie und kochen Sie sich glücklich mit dem genialen Nicer Dicer Chef Professional von Genius. Bestellen Sie jetzt den brandneuen Nicer Dicer Chef Professional inklusive Auffangbehälter, Schneidoberteil, Frischhaltedeckel, diesen praktischen Messer einsetzen und einem Rezeptheft mit tollen Rezepten zum Nachkochen. Dieses Set erhalten Sie heute für nur zwei Raten a 34,95 Euro. Aber das war noch nicht alles. Sie bekommen den Giulietti-Einsatz für leckere und gesunde Gemüsenudeln gratis. Sie erhalten das Tomaten-Gemüsemesser für weiche Lebensmittel gratis. Und den Dreiklingen-Multihobel für blitzschnelles Schneiden gratis. Dieses umfangreiche Nicer Dicer Chef Professional Set mit Klingen zum Schneiden, Hobeln und Reiben hat einen Gesamtwert von 170 Euro. Aber Sie erhalten es für nur zwei kleine Raten. Doch wir sind immer noch nicht fertig. Verarbeiten Sie die geschnittenen Zutaten zu leckeren Ofengerichten in der praktischen Glasschüssel. Das dreiteilige Set im Wert von 50 Euro erhalten Sie heute gratis zu Ihrer Bestellung dazu. Sie zahlen nur eine Gebühr für Service und Verpackung. Dieses Nicer Dicer Chef Professional Set erhalten Sie jetzt für den unglaublichen Preis, den Sie auf Ihrem Bildschirm sehen. Haben Sie noch nicht genug? Dann entscheiden Sie sich bei Ihrer Bestellung für unser geniales Angebot 2 mit dem Deluxe Set inklusive aller Bestandteile, die Sie in der Show gesehen haben. Rufen Sie jetzt an und wählen Sie zwischen diesen beiden Angeboten. Angebot 1 mit diesem Nicer Dicer Chef Professional Set oder Angebot 2 mit dem Deluxe Set und den umfangreichsten Messereinsätzen, die Sie bei einem Nicer Dicer je gesehen haben. Rufen Sie jetzt an und zahlen Sie risikolos auf Rechnung per Nachname Paypal, Amazon Pay und Klarna. Bestellen Sie jetzt und Genius bietet Ihnen eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie Ihren Nicer Dicer Chef Professional einfach zurück. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie online unter www.genius.tv. Unsere Küche ist ein ganz besonderer Ort. Hier treffen sich immer alle und wir verbringen hier viel Zeit. Mit meiner Enkelin koche ich super gerne. Da gibt es natürlich eine Menge zu schnippeln. Und vor ein paar Jahren habe ich dann Probleme bekommen mit meinen Handgelenken. Meine Tochter kam dann auf die Idee, probiere doch mal den Nicer Dicer aus. Der Nicer Dicer Chef Professional erleichtert die Arbeit in der Küche um ein Vielfaches. Macht auch noch Spaß. Ganz besonders gefällt mir, dass es unendlich viele Einsätze und Klingen gibt. Die kann man super leicht austauschen. Alle Schnittergebnisse sind schön gleichmäßig und präzise. Im neuen praktischen Klingenaufbewahrungseinsatz ist alles schön sortiert und komplett verstaubar. Der Auffangbehälter ist so groß, man kann direkt reinschneiden und für die ganze Familie kochen. Und die Arbeit am Ende übernimmt meine Spülmaschine. Mit der praktischen ofenfesten Glasschüssel direkt in die Schüssel schneiden. In den Ofen damit und dann direkt auf den Tisch. Es ist Zeit sparen, es ist gesund und es macht Spaß ihn zu benutzen. Und wir zwei können gemeinsam kochen und viel Zeit miteinander verbringen. So schnell haben Sie Kohl noch nie geschnitten. Das sind sechs split-schnelle Schnitte in nur einer Handbewegung. Mit dem innovativen Drei-Klingen-Multihobel habe ich in wenigen Sekunden einen fast vollen Behälter. Jetzt nur noch etwas Rotkohl und Karotten-Julienne dazu. Sofort servierbereit. Mit dem verstellbaren Hobel stellen Sie die gewünschte Dicke selbst ein. Für einen köstlichen Gurkensalat schneide ich die Gurke jetzt ganz einfach direkt in den Container. Einfach wahnsinnig, wie schnell das geht. Und jetzt aufgepasst. Mit der 2 in 1 Doppelschnittklinge schneide ich zwei verschiedene Schnitte und zwei verschiedene Zutaten zur gleichen Zeit. Zum Aufbewahren, Frischhalten oder Transportieren kommt jetzt noch der praktische Frischhaltedeckel oben drauf. Eine Gemüsesuppe für die ganze Familie. Dank des Nicer Dicer Chef Professionals schneide ich mit Hilfe der Genox Edelstahlklinge alle Zutaten und sogar harte Lebensmittel wie Suppengemüse im Handumdrehen. In feine, gleichmäßige Würfel. Gesunde Ernährung war noch nie so einfach. Egal ob Salate, Suppen, Aufläufe, Vor- und Hauptspeisen oder Desserts. Sowohl beim klassischen Kochen als auch beim Experimentieren. Erhalten Sie mit dem Nicer Dicer Chef Professionals bewährte Nicer Dicer Qualität mit noch mehr Möglichkeiten. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was die Passanten in der Limburger Innenstadt heute so kochen wollen. Und zeigen Ihnen, wie schnell und präzise der Nicer Dicer Chef Professionals leckere Gerichte auf dem Teller zaubern. Ah, hallo. Hallo. Oh, was kochen Sie heute Feines? Oh, bei uns gibt es Gratin. Wir sind eine große Familie. Das heißt, wir haben viel zu schneiden. Wow. Und entsprechend nachher natürlich auch viel abzumaschen. Da hatte ich vielleicht was, was Ihre Arbeit ein bisschen erleichtern könnte. Wollen Sie mal zuschauen? Sehr gerne. Die Genox Edelstahlfrauklinge. Die sind ganz, ganz scharf. Und ganz, ganz fein raspel ich das Ganze hier in die Schüssel. Ist das Glas? Das ist Glas. Das kann direkt in den Ofen. Das ist ja toll. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit den Zwiebeln. Auch wenn die Zwiebeln kommen wir drauf. Genial. Wahnsinn. Jetzt nehmen wir dann mal den groben Reibansatz für den Käse. Ja. Perfekt. Gauder. Oh, super. Und Sie haben jetzt hier alle Arbeitsschritte mit einem Gerät. Sie brauchen nichts weiter. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt kommt hier einfach noch ein Frischhalterdeckel obendrauf. Wissen Sie was? Ich gebe es Ihnen einfach mit. Nein. Heute ist Ihr Glücksnach. Wirklich? Ja, sehr gerne. Ach, das ist ja toll. Vielen Dank. Wow, ich bin absolut begeistert. Also, als ich heute Morgen auf den Markt gegangen bin, habe ich damit überhaupt nicht gerichtet. Mein absolutes Highlight ist wirklich diese ofenfeste Glasschüssel. Das ist unglaublich. Die kann ich auch nachher dann noch in die Spülmaschine stellen. Ich kann direkt alles drin vorbereiten und in den Backofen schieben und nachher damit servieren. Ganz, ganz toll. Das schaut aber gut aus. Was gibt es denn heute Leckeres? Das gibt eine Käselauchsuppe heute. Ja, die esse ich super gerne, aber es ist viel Arbeit. Ich zeige Ihnen, wie man ganz schnell so eine Suppe fertig macht. Machen wir erstmal als Basis ein bisschen das Suppengemüse. Okay. Ja, das geht ganz einfach. Schauen Sie, wie das geht. Das ist unglaublich. Das ist ja super schnell. Die Basis, das werden wir ja mit dem Messer niemals hinkriegen. Das ist ja der Wahnsinn. Und so präzise. Ja, ganz präzise, ganz schnell, ganz saubere Würfel. Und auch so kleine Würfel. Absolut. Und dann kommt ein kleiner Klingenwechsel. Und Sie kennen das ja mit dem Lauch, das ist immer so ein bisschen ein Problem. Ja. Und den Lauch, den kriegen wir auch ganz fein geschnitten. Ist das unglaublich. Das ist ja viel weniger Arbeit. Da bin ich ja ruckzuck fertig. Also ich bin richtig begeistert. Der Nice & Dicer ist toll. Am liebsten hätte ich ihn gleich mitgenommen. Hallo. Hallo. Oh, das sieht aber gesund aus. Was kochen Sie denn Leckeres? Oh, wir grillen heute Abend mit der ganzen Familie. Und dazu mache ich frischen Kartoffelsalat mit Gurke und Tradition. Oh, haben Sie eine Minute Zeit, dann zeige ich Ihnen mal was. Sehr gern. Okay, das hier ist der neue Nice & Dicer Chef Professional. Wir haben ja noch einen größeren Auffangbehälter. Das ist natürlich für Sie ideal. Ja. Für die ganze Familie. Und jetzt schauen Sie mal. Butterweich. Wow. Ist das genial? Ich bin beeindruckt, wirklich. Und dann können Sie natürlich das Ganze auch richtig schnell machen. Aha. Ja, das heißt immer wieder präzise geschnitten mit den Ginox Edelstahlklingen. Und schon sind Sie fertig mit dem ersten Schritt. Das ist ja hervorragend. Und Sie würden es niemals schaffen mit dem Messer. Das ist wirklich hervorragend. Wir haben also mehr Klingen, mehr Volumen, mehr Design. Mehr Frische. Mehr Frische. Das ist wirklich, wirklich schön. Unglaublich. So würde es der Familie doppelt und dreifach schmecken. Absolut. Also ich muss wirklich sagen, der Nice & Dicer hat mich nachhaltig sehr beeindruckt. Also ein unheimlich großes Fassungsvermögen, eine große Schüssel. Es passt viel hinein. Die Waren bleiben frisch. Es sieht optisch sehr, sehr schön aus. Was beim Nice & Dicer auch richtig toll ist, dass er so viele Klingen hat. Man braucht halt wirklich keinerlei Messer mehr. Sprich, man hat keine schmerzenden Hände mehr, keine schmerzenden Handgelenke mehr. Es geht so unfassbar schnell. Also ich bin wirklich begeistert. Okay, ich sehe da Zucchini, Tomaten. Haben Sie schon mal Zucchini-Spaghetti probiert? Ich habe davon gehört viel, aber noch nie gegessen. Die sind ganz lecker. Und das ist die gesunde Alternative zu normalen Nudeln. Die können Sie spätabends gut essen. Dann können Sie auch zwei, drei Teller essen. Das ist gut für die Figur. So, ich zeige Ihnen das mal. Also hier haben wir die Zucchini. Und wir drehen die ganz fein rein in den XXL-Behälter. Das sind so richtig schön lange Ergebnisse. Sehen Sie das? Bringt auch richtig Spaß. Sieht super aus. Ich war sehr positiv überrascht tatsächlich, weil es sehr, sehr schnell ging. Und ich bin Sportlerin und bin wie ein Tiger, der dann nach Hause kommt und ganz schnell was zu essen braucht. Bei dem Nice & Dicer Chef Professional werde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Es wäre sehr praktisch. Und da werden sich, glaube ich, viele drüber freuen. Sie sehen, gesunde Ernährung muss nicht lange dauern oder anstrengend sein. Bestellen Sie jetzt und überzeugen Sie sich von unserer bewährten Genius-Qualität. Und genießen Sie die jetzt noch größere Vielfalt des Nice & Dicer Chef Professionals. Wir präsentieren die größte Weiterentwicklung in der Nice & Dicer Geschichte. Den brandneuen Nice & Dicer Chef Professional. Genius hat nach jahrelanger Entwicklung alles, was Sie lieben, in einem Küchensystem vereint. Profitieren Sie ab sofort von einem Mehr an Funktionen, brandneuen Klingen, größerem Volumen, bewährten Qualität und hochwertigstem Design. Egal ob Würfel, Stifte, Scheiben, Streifen, Giulietti, Spiralen oder Julienne, Schneiden oder Reiben und Raspeln. Rasiermesserscharfe G-Nox Edelstahlklingen sorgen für perfekte Ergebnisse wie im Restaurant. Alles mit einem einzigen Küchenhelfer. 47 Millionen zufriedene Kunden weltweit bestätigen die bewährte Nice & Dicer Qualität. Und jetzt ist das Beste noch besser. Der Nice & Dicer Chef Professional überzeugt mit einem noch hochwertigerem Look, einem um unglaubliche 37% größeren XXL-Auffangbehälter und brandneuen Klingen und Funktionen. Der innovative Dreiklingen-Multi-Hobel schafft sechs Schnitte in nur einer Bewegung. Die Achtelklinge schneidet Ihre Zutaten blitzschnell in präzise Stücke. Mit dem um 20% größeren Durchmesser der Spiraleinsätze verarbeiten Sie jetzt noch breiteres Gemüse. Verwandeln Sie den Nice & Dicer Chef Professional in eine intelligente Salatschleuder. Direkt ins Sieb schneiden, waschen, schleudern, abgießen und servieren. Für kompaktes Verstauen sorgt der brandneue platzsparende Aufbewahrungseinsatz. Perfekt für Salate, Suppen, Vorspeisen, Aufläufe, Gratins, Hauptspeisen, Desserts, Single- oder Familienportionen und vieles mehr. Schneiden Sie ganze Salatköpfe auf der großen Schneidfläche ohne Verletzungsgefahr. Perfekte Zwiebelwürfel mit einem Schnitt, ganz ohne Tränen. Der Tomatengemüseschneider schneidet weiche Lebensmittel mühelos und ohne Zerquetschen. Der einfache Klingen- und Einsatzaustausch ist wie immer flexibel und sicher. Schneiden und direkt servieren mit dem 2-in-1 XXL Auffangbehälter. Vergessen Sie Messerschneidbretter und Schüsseln und erleben Sie echten Spaß beim Kochen. Denn mit dem Nice & Dicer Chef Professional schneiden Sie schneller und effizienter als jemals zuvor. Gesunde Ernährung leicht gemacht. Die Glasschüssel ist Ofen- und Gefrier geeignet, sodass Sie Gerichte vorbereiten, einfrieren, backen und direkt servieren können. Mit dem praktischen Frischhaltedeckel bequem aufbewahren, frischhalten und transportieren. Reste im Deckel entfernen sich dank des Selbstreinigungsknopfs wie von selbst. Nach der Benutzung einfach unter fließend Wasser abspülen oder in der Spülmaschine waschen. Werden auch Sie Teil der Nice & Dicer Familie und kochen Sie sich glücklich mit dem genialen Nice & Dicer Chef Professional von Genius. Bestellen Sie jetzt den brandneuen Nice & Dicer Chef Professional inklusive Auffangbehälter, Schneidoberteil, Frischhaltedeckel, diesen praktischen Messer einsetzen und einem Rezeptheft mit tollen Rezepten zum Nachkochen. Dieses Set erhalten Sie heute für nur zwei Raten a 34,95 Euro. Aber das war noch nicht alles. Sie bekommen den Giulietti-Einsatz für leckere und gesunde Gemüsenudeln gratis. Sie erhalten das Tomaten-Gemüsemesser für weiche Lebensmittel gratis und den Dreiklingen-Multihobel für blitzschnelles Schneiden gratis. Dieses umfangreiche Nice & Dicer Chef Professional Set mit Klingen zum Schneiden, Hobeln und Reiben hat einen Gesamtwert von 170 Euro. Aber Sie erhalten es für nur zwei kleine Raten. Doch wir sind immer noch nicht fertig. Verarbeiten Sie die geschnittenen Zutaten zu leckeren Ofengerichten in der praktischen Glasschüssel. Das dreiteilige Set dem Wert von 50 Euro erhalten Sie heute gratis zu Ihrer Bestellung dazu. Sie zahlen nur eine Gebühr für Service und Verpackung. Dieses Nice & Dicer Chef Professional Set erhalten Sie jetzt für den unglaublichen Preis, den Sie auf Ihrem Bildschirm sehen. Haben Sie noch nicht genug? Dann entscheiden Sie sich bei Ihrer Bestellung für unser geniales Angebot 2 mit dem Deluxe Set inklusive aller Bestandteile, die Sie in der Show gesehen haben. Rufen Sie jetzt an und wählen Sie zwischen diesen beiden Angeboten. Angebot 1 mit diesem Nice & Dicer Chef Professional Set oder Angebot 2 mit dem Deluxe Set und den umfangreichsten Messereinsätzen, die Sie bei einem Nice & Dicer je gesehen haben. Rufen Sie jetzt an und zahlen Sie risikolos auf Rechnung per Nachname PayPal, Amazon Pay und Klarna. Bestellen Sie jetzt und Genius bietet Ihnen eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie Ihren Nice & Dicer Chef Professional einfach zurück. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie online unter www.genius.tv Mit dem neuen Nice & Dicer Chef Professional bereiten Sie Ihre Lieblingsgerichte und noch mehr im Handumdrehen für die ganze Familie zu. Ein schneller Klingenwechsel, um leckere Zucchini-Scheiben dazu zu schneiden. Noch ein paar Kirschtomaten dazu. Die schneiden sich praktisch wie von selbst. Ich schneide auch noch perfekte Schinkenwürfel obendrauf. Das Ganze ein bisschen verfeinert und schon kann die Glasschüssel in den Ofen. Während der Auflauf backt, mache ich noch schnell einen leckeren Salat. Ich schneide einen ganzen Salatkopf dank der innovativen XXL-Schneidefläche in nur einer Handbewegung. Die Tomaten-Gemüseklinge mit ihrer Perfect-Cut-Funktion ist ideal für weiche Lebensmittel. Die rasiermesserscharfen Ginox Edelstahlklingen zerteilen auch Eier in präzise gleichmäßige Scheiben. Der Stempel sorgt dafür, dass aus Ihren Zutaten perfekte Scheiben werden. Ein schneller Klingentausch und perfekte Paprikabürfel obendrauf. Und fertig ist der Salat. So schnell ist ein köstliches Abendessen für die ganze Familie fertig. Bringen Sie den bequemen Luxus in Ihre Küche. Nur mit dem Nicer Dicer Chef Professional von Genius. Wir beide, wir sind wirklich oft zwölf Stunden im Büro und dann müssen wir noch was essen. Das heißt, wir fahren erst noch mal einkaufen, dann müssen wir das Ganze vorbereiten, das Schnibbeln. Aber der Nicer Dicer macht das so leicht. Zwiebeln rein, einmal schneiden, fertig. Keine Tränen in den Augen mehr und vor allem immer saubere Hände. Mit dem Nicer Dicer Chef Professional macht das Kochen wieder so richtig Spaß. Die Tomaten werden toll. Du hast auch unglaublich viel Zeit ersparen. Also seit wir den Nicer Dicer haben, habe ich das Kochen für mich entdeckt. Und das soll schon was heißen. Ich kann den Salat direkt hier reinschneiden. Ich mache das Wasser obendrauf, um den Salat zu waschen. Dann wird auch ordentlich geschleudert. Und über diese Ausgießöffnung lasse ich dann halt eben das dreckige Wasser wieder raus. Wir lassen den Abend jetzt wirklich immer schön ausklingen, so als wären wir im Restaurant. Und das haben wir jetzt zu Hause. Was glauben Sie, wie lange ich brauche, um mit dem Nicer Dicer Chef Professional diesen Berg hier zu schneiden? Ich zeige es Ihnen jetzt. Professional Qualität spricht für sich selbst. Kommen wir nun zum grande Finale. Mit dem Nicer Dicer Chef Professional fallen bei jedem Schnitt perfekte Würfel direkt in den Container. Gesund und lecker. Eine Handbewegung. Und wir haben einwandfreie Scheiben. Ganz ohne Zerquetschen. Wunderschön gleichmäßige Ergebnisse ohne Messer und Schneidbrett. Für solche Ergebnisse müssen Sie in Zukunft kein Profikoch mehr sein. Mit dem 2 in 1 Doppelschnittmesser schneiden Sie mit einem Schnitt. Zwei verschiedene Zutaten auf zwei verschiedene Arten. In einer Sekunde perfekter Achtel direkt in den XXL-Behälter schneiden. Rufen Sie mit Leichtigkeit beliebige Lebensmittel. Bequeme Arbeitserleichterung in der Küche. Alles in einem Schneidesystem und jederzeit einsatzbereit. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie sich den Nicer Dicer Chef Professional von Genius. Wir präsentieren die größte Weiterentwicklung in der Nicer Dicer Geschichte. Den brandneuen Nicer Dicer Chef Professional. Genius hat nach jahrelanger Entwicklung alles, was Sie lieben, in einem Küchensystem vereint. Profitieren Sie ab sofort von einem Mehr an Funktionen, brandneuen Klingen, größerem Volumen, bewährten Qualität und hochwertigstem Design. Egal ob Würfel, Stifte, Scheiben, Streifen, Giulietti, Spiralen oder Julienne schneiden oder reiben und raspeln. Rasiermesserscharfe G-Nox Edelstahl Klingen sorgen für perfekte Ergebnisse wie im Restaurant. Alles mit einem einzigen Küchenhelfer. 47 Millionen zufriedene Kunden weltweit bestätigen die bewährte Nicer Dicer Qualität. Und jetzt ist das Beste noch besser. Der Nicer Dicer Chef Professional überzeugt mit einem noch hochwertigerem Look, einem um unglaubliche 37% größeren XXL Auffangbehälter und brandneuen Klingen und Funktionen. Der innovative Dreiklingen Multi Hobel schafft sechs Schnitte in nur einer Bewegung. Die Achtelklinge schneidet Ihre Zutaten blitzschnell in präzise Stücke. Mit dem um 20% größeren Durchmesser der Spiraleinsätze verarbeiten Sie jetzt noch breiteres Gemüse. Verwandeln Sie den Nicer Dicer Chef Professional in eine intelligente Salatschleuder. Direkt ins Sieb schneiden, waschen, schleudern, abgießen und servieren. Für kompaktes Verstauen sorgt der brandneue platzsparende Aufbewahrungseinsatz. Perfekt für Salate, Suppen, Vorspeisen, Aufläufe, Gratins, Hauptspeisen, Desserts, Single- oder Familienportionen und vieles mehr. Schneiden Sie ganze Salatköpfe auf der großen Schneidfläche ohne Verletzungsgefahr. Perfekte Zwiebelwürfel mit einem Schnitt, ganz ohne Tränen. Der Tomatengemüseschneider schneidet weiche Lebensmittel mühelos und ohne Zerquetschen. Der einfache Klingen- und Einsatzaustausch ist wie immer flexibel und sicher. Schneiden und direkt servieren mit dem 2-in-1 XXL Auffangbehälter. Vergessen Sie Messer, Schneidbretter und Schüsseln und erleben Sie echten Spaß beim Kochen. Denn mit dem Nicer Dicer Chef Professional schneiden Sie schneller und effizienter als jemals zuvor. Gesunde Ernährung leicht gemacht. Die Glasschüssel ist Ofen- und Gefrier geeignet, sodass Sie Gerichte vorbereiten, einfrieren, backen und direkt servieren können. Mit dem praktischen Frischhaltedeckel bequem aufbewahren, frischhalten und transportieren. Reste im Deckel entfernen sich dank des Selbstreinigungsknopfs wie von selbst. Nach der Benutzung einfach unter fließend Wasser abspülen oder in der Spülmaschine waschen. Werden auch Sie Teil der Nicer Dicer Familie und kochen Sie sich glücklich mit dem genialen Nicer Dicer Chef Professional von Genius. Bestellen Sie jetzt den brandneuen Nicer Dicer Chef Professional inklusive Auffangbehälter, Schneidoberteil, Frischhaltedeckel, diesen praktischen Messer einsetzen und einem Rezeptheft mit tollen Rezepten zum Nachkochen. Dieses Set erhalten Sie heute für nur 2 Raten a 34,95 Euro. Aber das war noch nicht alles. Sie bekommen den Giulietti-Einsatz für leckere und gesunde Gemüsenudeln gratis. Sie erhalten das Tomaten-Gemüsemesser für weiche Lebensmittel gratis. Und den 3-Klingen-Multi-Hobel für blitzschnelles Schneiden gratis. Dieses umfangreiche Nicer Dicer Chef Professional Set mit Klingen zum Schneiden, Hobeln und Reiben hat einen Gesamtwert von 170 Euro. Aber Sie erhalten es für nur 2 kleine Raten. Doch wir sind immer noch nicht fertig. Verarbeiten Sie die geschnittenen Zutaten zu leckeren Ofengerichten in der praktischen Glasschüssel. Das dreiteilige Set im Wert von 50 Euro erhalten Sie heute gratis zu Ihrer Bestellung dazu. Sie zahlen nur eine Gebühr für Service und Verpackung. Dieses Nicer Dicer Chef Professional Set erhalten Sie jetzt für den unglaublichen Preis, den Sie auf Ihrem Bildschirm sehen. Haben Sie noch nicht genug? Dann entscheiden Sie sich bei Ihrer Bestellung für unser geniales Angebot 2 mit dem Deluxe Set inklusive aller Bestandteile, die Sie in der Show gesehen haben. Rufen Sie jetzt an und wählen Sie zwischen diesen beiden Angeboten. Angebot 1 mit diesem Nicer Dicer Chef Professional Set oder Angebot 2 mit dem Deluxe Set und den umfangreichsten Messereinsätzen, die Sie bei einem Nicer Dicer je gesehen haben. Rufen Sie jetzt an und zahlen Sie risikolos auf Rechnung per Nachname PayPal, Amazon Pay und Klarna. Bestellen Sie jetzt und Genius bietet Ihnen eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie Ihren Nicer Dicer Chef Professional einfach zurück. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie online unter www.genius.tv